Den Matchball vergeben oder den Matchpupp vergeben, aber es liegen ja noch zwei da, Friedrich von Pingels. Ja eben, wir haben noch zwei Spiele, da können wir auch immer noch punkten. Gegen München, gegen Nürnberg haben wir beide schon geschlagen, also wir brauchen jetzt nicht Trübsalblasen. Dieses blöde erste Dritte, wenn das nicht gewesen wäre, die Pingels waren ja heute nicht so schlecht. Ne, heute hatten wir halt kein Glück und Pech kam auch noch dazu. Wir haben quasi drei Eigentore geschossen, selber noch genug Chancen gehabt, das Spiel nochmal wieder zu realisieren. Aber der Matthias Niederberger hatte heute einen überragenden Tag und das Glück war auch noch öfter mal auf seiner Seite. Aber man merkt euch schon an, die Enttäuschung ist schon da, ihr wolltet heute den Sack zumachen. Ja klar wollten wir heute punkten, natürlich ist man jetzt enttäuscht, das darf man auch sein, aber das müssen wir auch ganz schnell wieder abhaken und morgen geht es weiter.